Der Montessori-Pädagogik wird gern vorgeworfen, dass wir dem kindlichen Fantasiespiel der kindlichen Fantasie kritisch gegenüber eingestellt sind. Das stimmt irgendwie und es stimmt auch gar nicht. Die kindliche Fantasie ist etwas ganz, ganz Wichtiges und etwas ganz Wertvolles. Worum es in der Montessori-Pädagogik geht, ist, dass das junge Kind zunächst einmal eine reale Sicht auf die Welt aufbauen kann. Dass es in dieser Orientierungsphase, was heißt denn Leben überhaupt, was heißt Familie, was heißt Freunde, was heißt Einkaufen gehen, was heißt Baden, was heißt Wohnen, all das, eine Echtheit um sich erlebt, die es aufnehmen kann, die es in sich aufbauen kann und die es dann auch wirklich gut als die Wirklichkeit, als die Realität, in der es lebt, verstehen kann. Wir unterstützen Kinder ja sehr, sehr früh, dass sie alles machen dürfen, was sie machen wollen. Also wir bereiten eine sichere vorbereitete Umgebung vor, auch zu Hause schon. Die Kinder dürfen ganz früh schon in der Küche mitarbeiten, sie dürfen ganz früh aufdecken, beim Zusammenräumen helfen, beim Wäsche waschen helfen und so weiter und so weiter. Das heißt, dass sie nicht in die Spielwelt abgedrängt werden, wo sie all diese Sachen mit künstlichen Dingen nur so tun können, als ob. Also es geht ums Echte. Es geht auch bei den Büchern ums Echte, es geht bei den Liedern ums Echte, bei den Gedichten ums Echte, so dass das Kind bis zum sechsten Lebensjahr in dieser Phase, in der es ankommt auf dieser Welt, in der es sich an diese Welt anpasst, sich adaptiert, alles das bekommt, was es für diesen Prozess braucht und nicht den falschen Eindruck gewinnt, dass Tiere sprechen können und in Latzhosen stecken und Ostereier bemalen mit einem Pinsel und auf zwei Beinen gehen. Also das ist eigentlich der Hintergrund. Dass der Mensch Fantasie hat, Vorstellungskraft hat, Imaginationsfähigkeit hat, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und je nach Altersgruppe, je nachdem wie altes Kind ist, unterstützen wir diese Vorstellungskraft, diese Imaginationsfähigkeit auch sehr, sehr stark. In der zweiten Entwicklungsperiode bei den Schulkindern ist sie eine der wichtigsten Formen überhaupt zu lernen, weil die Kinder, wenn sie sich mit der Welt im Großen und Ganzen beschäftigen, natürlich sehr viel Vorstellungskraft brauchen, um sie durchschauen zu können. Man kann ja nicht ständig nach Indien reisen oder gar auf den Mond, um dort tatsächlich sensomotorisch zu erleben, was dort los ist. Also dort ist diese Vorstellungskraft sogar eine Grundlage nahezu aller Lernprozesse. Also Montessori hat nichts gegen Fantasie, nichts gegen Vorstellungskraft. Wir schauen aber ganz genau phasenspezifisch auf die Entwicklung hin. Was verträgt das Kind an Nicht-Realem? Was verträgt zum Beispiel die magische Phase, ohne dass die Kinder Ängste bekommen, Sorgen bekommen oder eine völlig falsche Sicht auf die Welt entwickeln? Und was verträgt sie eben nicht? Und das lassen wir weg.